So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Donkey Kong Country. Und ich habe einen kleinen Pack gefunden, wie ich dieses Level am schnellsten beenden kann. Ist ziemlich schwierig, aber ich schaff das schon. Fangen wir direkt mal an und lass mal einen kleinen Schluck trinken. Ah, so. Und zwar, gehen wir jetzt hier hinten rein. Ha, das habt ihr nicht gewusst, ne? Shit, Alter. Fuck! Nein! Nein! Soll ich die... Die Art habe ich gerade geschafft, so ganz locker. Na? Ah, ich... Ah! Oh! Ähm, wie sieht es aus? Soll ich das nochmal von vorne spielen? Ne, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich will dieses Loan-Level echt nicht machen. Deswegen... Ähm, Save Game... Ne, Load Game Slot 1. So, das haben wir jetzt... Upsa, geladen. Ähm, ja. Machen wir das nochmal von vorne. Nächster ist ein bisschen chilliger an Räucher, das Ganze. Oh, ich muss noch das schnell machen. Und Exit. Seht ihr das? Das war mir, glaube ich, ein Geheim... Äh... Dingens. Und jetzt können wir ganz gechillt hier speichern. Das ist natürlich sehr cool. Hallöchen, ich bin Königong. Und dies ist ja mein Speicherpunkt. Wollt ihr euer Spiel abspeichern? Dann springt auf ein rotierendes Fass. Hallöchen. Ich bin die Königong-Bubble. Boah. So, und natürlich speichern wir das. Aha. So, wir haben das und das gemacht. Und jetzt geht's mal weiter. Funk... Funkis Flüge. Badmühlstein. Das hört sich da ziemlich deutsch an. Kann man hier auch einfach so rein. Ah, da ist schon ein Geheim-Level, oder was? Was ist das für einer? Was sind das für welche? Ach, Mist. Geht nicht mehr. Was sind das für welche? Die habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das sind ja komische Kremlings. So bläulich sind die. Lol, was ist das denn? Kann es mich töten? Habe ich was gesehen hier unten? Cool, ein Bonus-Level wieder. Hala. Wie? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Was bringt das Fass hier? Ach, das stirbt, Mann. Das wusste ich jetzt so jetzt nicht. Aber die blauen Kremlings sind echt schon ein bisschen heftig. So. Ach, ich wollte auf die Kiste springen, verdammt. Aber ich habe es leider nicht geschafft. Ja. Ja, so. Eine neue Runde, ähm... Badmühlstein. Mit Null-Leben. Ansonsten wende ich gleich einen Trick an. Aha. Der Trick klappt, empfenne ich. Ey, warum kann ich das nicht dagegen werfen? Ist das, äh... Was kann ich da mitnehmen, oder was? Einen Gummireifen? Für hier? Für den dann hier? Ah, die Musik ist echt so beruhigend hier. Finde ich. Oh, nein. Ach, du sollst doch springen, du Vollidiot. Mann, 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 Mann. Nein, ich bin direkt reingesprungen, ich Vollidiot, ey. Was mache ich denn auch für ein Mist? So, Foti, alles klar. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe... Ualala. So. Ach, Dongi Kong ist schwerer. Alter Scheiße. Was soll ich denn das schaffen hier? Ach so, ist ja Kinderkram. Was sind das für springende Typen? Oh, Mann. Ihr geht da ruhig runter. Geht da rein. Boah, ey. Ach, Mann. Ist echt so ein Kacken, ey, das Scheiß. So. Und wieder bei Candy Speicher. Oder ein Funkys Flügel. Ich glaube, da kann man die Decay-Münzen oder Dongi Kong-Münzen finden. Muss ich denn freischalten? Mach mal einfach mal. Okay, gehen wir mal wieder. So, jetzt gehen wir nach Bad Mühlstein. Bad Mühlstein. Warte mal, wir müssen ganz rechts hoch schießen. Ach da, das ist nur einmalig, das Level, glaube ich. Ey, wie? Was ist denn das überhaupt für ein Teil? Oh Mann, ey. Was ist denn das? Och, du meine Fresse. Ich bin... Ach, ich Idiot. Nee. Ist jetzt... Nee, oder? Nee. Wie soll ich denn da... Oh mein Gott. Ist ja unmöglich zu beschreiben, weil er ständig hochspringt, der Idiot. Ach nee, ey. Nee, oder? Doch, so geht's, aber... Kann man jetzt nachgucken, wie viel Leben ich hab, oder so? Kann ich jetzt gucken, wie viel Leben ich hab? Ups. Ach nee, nicht schon wieder diese Kasper. Ich hasse diese Typen, echt, ey. Genau, springen runter, voll Pfosten, ey. Speicherphase, yeah. So. Ach du Scheiße. Kann mir einer mal in den Kommentaren sagen, was das für Eichhörnchen sind, die da ganz halt, äh... Nee, oder? Nein, oder? Sag gerne, ich hab's jetzt verkackt. Oder so. Nee, da oben war ein Bonuslevel, oder so. Kack. Das hab ich gesehen. Ah nee, ey, oder? So, jetzt warte. Boah, so. Es wird immer schwieriger, das Ganze hier. Alter, was ist das für einer? Nee, oder? Nee. Alter, was hat der für Torett? Nein! Nein, nein! Boah. Was ist das für einer? Kann ich den überhaupt töten? Ja, kann ich. Fünf Leben gibt das. Oh, was ist... Was für ein Speed da... Hat, Alter. Wie soll ich denn da durchkommen, verdammte Kacke? Ohne zu sterben. Ist ja gut, jetzt. So. Ähm, ja, ne? Nein. Yeah. So. Ach, scheiße. So, warte. Ey, kann das sich nicht rollen? Warte mal. Ach, so geht das. Ah, okay. So geht das, also. So. Ach, shit. Warte. Das ist nur zum Testen. Okay. Das wird jetzt schwierig. Uiuiui. Wow. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Puh. Bad Mühlstein ist somit geschafft. Jetzt kommen wir zu Cranky's Koyak. Es ist nichts mehr da. Also nervt mich nicht. Bah. Früher brauchte man nur einen Knopf zur Bedienung. Aber heute ist es alles anders. Man braucht keinen Knopf mehr. 3D. Das einzige was mir dazu einfällt, ist Durchfall. Moderner Unsinn. Früher war alles besser. Auch mehr Lametta an den Bäumen. Wir haben ja kein Weihnachten. Wir haben Ostern bald. Zu meiner Zeit wurde man nicht vollgelabert bei Spielen. Ach, es gab noch keinen Domi-Kong. Richtig. Vier Graustufen und zweimal zwei Charaktere. Das war alles, was wir hatten. Die Farben, die tun meinen eigenen Augen weh. Ich könne hier nichts spielen. Der Kräfte Cocktopus. Da steckt seine Schätze in der Korallenkarambulage. Und jetzt hau ich dich, du Sau. Wenn ihr kennen kann, kommt das Spiel bei ihr Abschluss speichern. Ach, die zählen euch zu. Schließlich sind wir hier ja nicht auf dem Bauernhof, oder? Meinen nicht Bauernhof? Ah, das war ein langer Besuch bei Cranky Gong. Er hat uns gelernt, wie man richtig spielt, nicht so eine Scheiße abzielt, wie hier. Oh, ein Sweet Candy. So, speichern wir mal Papier, mein Schätzchen. Ha, ha, ha. So, ich muss mal kurz was schauen. Hupsala. Ja, ich nehme auf. Super. Ach, je, Mini. Ist das schon der Endgegner? Neckis Knacker. Na, schauen wir mal vorbei, ob das jetzt das Ende ist. Also, ich meine jetzt... Ah. Was ist das für einer? Alter. Ah, so. Er tut Walnüsse spucken, oder was? Sieht aus wie Walnüsse, oder? Yeah, wir haben die Banane. Donkey Kong ist der beste Affe der Welt. Ähm, was mir aufgefallen ist, guckt mal da hinten rein. Seht ihr das Schiff im Meer? Ja, das war... Ähm, beim ersten zwei Level nicht. Beim dritten... Doch, beim... Oder? Doch, beim dritten kam das erst dazu. Und deswegen speichern wir erstmal ab. Das ist erstmal wichtiger. Nicht so wie ich. Wir speichern doppelt ab. Das heißt... Oh, das ist wie Kengi. Hallihallo, Jungs! So. Wir speichern hier. Und das Ganze nochmal so. Und dann haben wir einen doppelten Sicherheitsstand. Wenn ich jetzt nochmal richtig, äh, abflame, dann kann ich richtig loslegen. So, jetzt geht's nach Traubental. Geierfeier. Ja, mein lieber Schwann, was uns da erwartet. Geierfeier. Und der Beat. Hört mal. Der Beat ist so geil. Alter Schwede. Was ist das hier für eine Combo? Ach, das ist... Ach, jetzt verstehe ich das. Das war der große Bruder von dem Kleinen hier, oder wie? Soll ich das so verstehen? Oh mein Gott, ey. Was ist das hier für ein Kack? So. Stopp! Nein! Nein, nein! Okay, das war ein Bonus-Level hier. Kong. Wie fail. Ach, wir brauchen den Leuchten, das wusste ich jetzt nicht. Ach, dass wir den Leuchten brauchen, das wusste ich wirklich jetzt nicht. Das hätte ich jetzt nur erraten können. Oh nein! Ach so. Dann nochmal von vorne. So. Pam. Und direkt reingerannt, ich Idiot. So. Ah, direkt Bonus-Level. So, jetzt holen wir uns das K. K-O-N-U. Wie? Was denn? Ich hab doch das richtig gemacht. Ich hab doch K-O-N-G. Oder hab ich nicht schnell genug reagiert? Das weiß ich natürlich auch nicht. Jetzt mal jetzt die Geier. Spucken die Nüsse hier ab. Nein, nein! Boah. Genau wo er die Nuss spuckt, renne ich ihn voll gegen den Kopf. Na, voll gegen den Kopf, ey. Voll gegen den Kopf. Upsa. Irgendwie scheinen die mir, die alle etwas größer zu sein. Das hat's ausgesehen wie Darkwing Duck, wenn er sich so einen Vorgang ums Gesicht wäht. So, Darkwing Duck. Dafür brauchen wir aber keine Wärmung machen. So. K-O-N-G. N-G oder was? Uh.